Guten Tag, hier spricht wieder euer Peter Gaming und wir spielen bei Eevee frei und checkt rüber DLT. So, jetzt fehlt uns nur noch ein Teil, dann... Boah, nein! Scheibengleich, da hat Zweifeln gestorben, nein! Hoffen wir, dass wir das noch hinkriegen haben. Alter, das nervt mich jetzt gerade ein bisschen. Dass wir das jetzt nicht gepackt haben, das frustriert mich jetzt gerade ein bisschen. Du glaubst also, du kannst hier rumlaufen und deine Nase in unsere Geschäfte stecken? Dann komm runter und kämpf! Oh! Sie war hier, wo ist sie jetzt? Achtung, ich komme! Paxi! Schnapp dir die Zähne ein! Komm doch, wenn du dich brauchst! Paxi! 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 Junge! Alles... Die letzte Mission sozusagen. Die letzte Sache. Hat's nicht ganz gepackt. Leider. Oh Mann. Wir werden nie vergessen, was sie getan haben, Miss Evie. Wir können nachts nun etwas ruhiger schlafen, wenn diese Schweine nicht mehr über unser Leben bestimmen. Hoffen wir mal, dass wir das Ding doch noch kriegen. Wow, das sieht echt nice aus, Leute. Haben wir doch noch gekriegt, Leid. Oh Mann. Und jetzt können wir uns komplett wieder eins mehr machen, Leute. Jetzt können wir einen Handschuh holen. Ah, das sieht... Okay, der ist halt... Sieht halt cool. Der, das sieht halt nice aus. Passt irgendwie besser zu Evie, finde ich. So und jetzt gucken wir mal Fähigkeiten, steht aber ich sage, wir machen erst mal den Lebenssauger. Und jetzt brauchen wir, so und jetzt brauchen wir noch die zwei, drei Dinger noch, alle noch drei brauchen und dann haben wir alles passiert. So Leute und jetzt heißt es Auffüllergehe und dann heißt es wie gesagt Auffüllergehe und dann sind alle Nebelmissionen komplett durchgezogen Leute, alle. Und es ist ein Vorteil, es gibt kein, es gab kein, am Anfang waren die Probleme. Und jetzt ging es gut, das ist dann auch nicht schlecht Leute, finde ich. Das ist auch nicht schlecht, wenn man jetzt alle, alle Nebelmissionen durchzieht. Aber eigentlich, ja, durchgezogen haben Leute und die letzte, äh, die letzte Boxkampf machen müssen wir jetzt noch machen Leute. So nehmen wir einfach mal die Abkürzung, die ich sage Leute. So machen wir hier mal wieder, trainieren wir für den Boxkampf, für den Boxring Leute. Kämpfen wir uns für den Boxkampf, vorbereiten wir uns, oder Leute? Alla, wie viel Rucks sind hier in dem Gebiet? Das ist ja abnormal, oder Leute? Wie viel Rucks sind wir hier schon, wie viel Rucks sind wir hier aufgebaut haben Leute. Wir werden hier, wir werden hier alle Rucks sozusagen von London unter uns kratzt Leute. Und jetzt sind wir alle unsere Fallen, das ist schon ein Heft. Das ist schon ein Heft. Das ist schon ein Heft. Ah, ich will noch die Truhe durchs Homer holen. Gucken wir, wo die Truhe durchs. Und jetzt können wir, die letzte, zum Boxkampf gehen, zum letzten Boxkampf Leute. So, jetzt schauen wir mal, wie diese Mission so geht. then you ... so ... Oh! Jetzt war's. Ah, Mist. So, man, räume die und die Luft. Ah, der Miram hier war gut. So, wir sind fertig. So, den Anführer zum Eliminieren und dann sind wir fertig in dem Speed. Wollt ihr bis zum Tod kämpfen? Dann kommt her, hier macht man das große Geld. Wer ist dabei? So, der Anführer ist auch nicht mehr so stark wie früher, oder? Ja, Leute. Muss man schon sagen, ich bin nicht so stark wie früher. Finger fertig gekriegt. So, Leute. Mal wieder alles auffüllen. Und dann gucken wir mal mit den Waffen. Waffen, gucken wir mal, was eine gute Waffe ist. Ich hoffe, es war alles zu ihrer zufriedenheit. Okay, nein. Tun wir gleich upgrade. Die haben... Ah, ich geh zusammen behalten, denn der ist besser. So, Schusswaffe. Die beste Schusswaffe. Verbessern die gleich. Alter, das ist heftig. So. So, der Rest haben wir jetzt alles. Oh, mein Geld. Um... Jetzt guck ich mal das... Die Anna-Fähigkeiten... Können wir noch die... Können wir noch was anders? Nein. So, können wir nichts mehr machen. Ausrüsten. Wo alle... Die werden... Die werden nicht schlecht, wenn wir die noch finden. Aber mal gucken, ob wir die noch finden werden. So, Leute. Jetzt schauen wir mal, was noch in... Was noch so zu Sachen hier noch abgeht. Wir haben alles... Alles... Wir haben alles gepackt, Leute. Und ich würde sagen... Wir machen jetzt... Wir versuchen jetzt die Haupt... Die Hauptstory jetzt anzufangen. Die nächste. Gucken wir mal, was die mit der Hauptstory... Aber das Spiel macht richtig Laune mit Eevee. So... Jetzt haben wir die... Jetzt haben wir die... Jetzt haben wir richtige Waffe... Viele Waffen... Eine starke Waffe... Ähm... Schusswaffe... Für den Kampf haben wir eine harte Waffe... Alles haben wir gute Waffen jetzt. So haben wir jetzt gute Chancen jetzt. Und jetzt sind wir wahrscheinlich ein bisschen zu... Zu weit hochgelevelt. Könnt... Könnt passiert sein, dass wir jetzt ein bisschen zu hochgelevelt sind, denke ich. Dass wir ein bisschen zu hohe Level Cut haben für die... Aber... Ich wollte erstmal die... Die Haupt... Die Story jetzt... Dann erst... In Mission alles schön durchgezogen haben. Aber ich würde mal sagen... Ich... 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 Fand... Das Schwarzhaart... Besser... Leut... Ich... Wie... Mach... Das Schwarzhaart... Bedeutend... Fand... Ich... Schön... Besser... So, Leute, jetzt beeilen wir uns noch schnell zur nächsten Hauptstory zu kommen. Dass wir die noch machen, dass wir die Mission noch anfangen können wahrscheinlich. So, machen wir mal die Mission noch, Leute, als Abschluss. Eine sehr Spunnenbomber durchgezogen haben, finde ich, oder Leute? Okay, der Handschuh passt echt nicht so ganz so gut. Aber naja, die Waffe ist halt ein bisschen stärker wie die andere Waffe. So, mal gucken, was das für eine Mission ist, Leute. Da bin ich mal gespannt. Oh, die alte Dame, eh wie frei, muss aus dem fahrenden Zug springen. Was für ein Teil, oder? Na ja, gucken wir mal, was wir hier machen. Ah! Ah! Oh nein, leg dich nicht so auf! Beruhig dich, du Feigling! Ich sehe sie jetzt wieder. Oha, Alter Schwede! Nicht schlecht, Leute! Was passiert im Gesicht? Nein! Nicht fliegt, ihr müsst überwältigen! Hör mal es! Okay, was ist das für eine Mission jetzt, okay? Oh, Jack, der Ripper ist doch. So, jetzt schauen wir mal, jetzt schauen wir mal, jetzt schauen wir mal, dann schauen wir mal, also, Ka Republic state nettles, aber Zeitru NSGD denn ist ein tumorager. Jetzt schauen wir mal, das erste Ganze zu gehen. Also, was Sie reinrund? Ich glaube, ich habe mich eine Masch над킨es Geräusche für 내려gearbeitet. Das ist eine Biblische cloche, Ich bin ein Wettbewerb. Schafft sie hier weg! Jemand! Was ist los? Sie ist ein Eindringling! Sie hat hier nichts zu suchen! Sie ist ein Eindringling! Sie hat hier nichts zu suchen! Schlip sie auf! Sie ist ein Eindringling! 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 Sie ist ein Eindringling!